Bereits zum dritten Mal gibt es vom Sozialministerium in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Roten Kreuz die sogenannten Schulstartpakete Dienststellenleiter Paul Kräutler, wer qualifiziert sich für sowas? Ja, es ist dazu so, dass die Anspruchnahme sind Leute, die die Mindestsicherung haben in Österreich, somit also sozial schwache Leute, die Schulkinder haben und die kriegen vom Innenministerium bzw. vom Sozialministerium, also die Schreiber zugeschickt, dass sie Anspruch auf so ein Schulstartpaket haben. Und was ist da alles denn? Es gibt mehrere Pakete, also gesamt elf verschiedene Pakete, aus denen können die Kinder bzw. die Eltern aussuchen und die sind so aufteilt, dass sie nach verschiedenen Schulstufen auch ausgestattet sind. Also einmal gibt es nur einen Rucksack, wenn man das will oder es gibt wirklich schon Equipment wie Bleistift und Farbstifte und so weiter für die Volksschüler und so weiter und es geht genug für das Zirkel und so weiter für höhere Schulstufen. Okay, und wie ist denn so jetzt die Resonanz zu deiner Pakete? Also die Resonanz ist sehr gut, also die Angeschriebenen und diejenigen, die Anspruch haben, sind fast zu 100 Prozent wahr, also wir haben da sehr große Resonanz und die Kinder sind überglücklich, weil sie halt wirklich ganz tolle Sachen kriegen. So sicherlich haben wir oben wir auch gemeinsam. So jetzt den Jesús Berlin wieder werfen.